Manchmal im Leben passieren einfach unglaubliche Wünsche. Big Day, we're going down! Jaaaaaaah! Papa! Was geht ab, Freunde? Euer Staffel und herzlich willkommen zu einem Best-of-50k-Pack-Opening zum Team des Jahres, wo alle Spieler draußen sind. Der Torwart, die Abwehr, das Mittelfeld, der Sturm mit Ronaldo, Messi, Neymar. Die besten Spieler, die es überhaupt in FIFA 16 geben wird, sind jetzt zu ziehen. Und deswegen gibt es nochmal ein richtig krankes und das heftigste Pack-Opening bisher. Ja, und ich hoffe auf den ein oder anderen Team-of-the-Year-Spieler. Wir hatten bisher noch keinen, beziehungsweise ich hatte noch keinen, aber das wird sich jetzt ändern, Freunde. Wir werden heute so rasieren mit den Packs. Komm, let's go, Alter, let's go. Team of the Year, Nr. 1, please, come on. Boom! Wir bekommen mal wieder den Juan Mata. Und dann haben wir noch Gonalos, Serana, Promes, die kleine Pommes. Bisher war noch nichts drin, aber, Freunde, jetzt, das wird unser Pack. Und wir bekommen Mathieu, ei, ei, ei. Dann haben wir noch Ramsey drin, Albiol, Medel, Akin, Fejev. Und ein Hauch von Nichtskönnerei. Okay, vielleicht bringt uns ein Drehpack Glück, komm schon. Drehpack. Blau, 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 blau. Ciao, Luigi, wir wollen. Die lebende Legende haben wir drin. Der ist gut, dann haben wir noch den Ruiz drin. Aber ab dann auch nur noch 80er-Spieler, die alle einfach 0, nix wert sind. 50, 50 K-Pack. Kandreva. Oi, 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 Kandreva, der bärtige. Arduri haben wir noch drin. Danilo. Depay. Guter Spieler. 5,35 K-Pack. Geht auf jeden Fall. Klar, der Ball. 10.000 FIFA-Points sind schon weg, Freunde. 10.000 FIFA-Points. Und wir hatten bisher, ich glaube, Depay drin, irgendein Billig in Form. Aber sonst gar nichts, Freunde. Jetzt haben wir nochmal über 40.000 FIFA-Points. Öffnen jetzt diese ganzen Packs, diese ganzen Packs. Alles öffnen wir weg. Und da muss einfach jetzt was drin sein. Kurzschauen. Bitte, EA-Gott. EA-Gott ist Pecklachs blau. Und es ist Mario Götze, der Weltcup-Sieger. Dann haben wir noch Coutinho, Julio Cesar, Mkhitaryan, Trimolinas. Aber alles nichts Besonderes. La Porte. 100 K-Packs, Alter. Was zieht man hier für eine verfickte Scheiße, Mann. Moutinho, La Porte, Valero. Wir geben alles. Wir geben alles. Was ist das? Was ist das? Parejo. Parejo bekommen wir. Silicen, Toprak. Nichts irgendwie, was irgendwas wert sein könnte. Okay, wechseln wir mal ein bisschen die Packs. Öffnen wir jetzt hier nochmal die 35 K-Packs. 5 Stück davon. Komm schon. Special Set. Erster. Blauer. Team of the year. Und es wird Jove Jovetic, der alte Inter-Miletsu. You need something good. Und the love. This is not what I want. Shinji Kagawa. 82er schon wieder. Dann haben wir noch Busufa, Klischi, Salah. Let's go. Wenigstens die Maria. Nein, Mann. Sogar da werden wir getrollt mit Pastore, Eremenko, Klischi. 50 K-Pack, Lord Bentner haben wir drin, ey. Und der Pisser. Komm mal runter, Bentner. Bring uns mal ein bisschen Glück hier. 2.000 FIFA-Points für dieses Pack. Und wir bekommen, Alter, Wiedic, Nemanja, Wiedic, Ramsey. Immer diese 83er, 82er. Werden, glaube ich, noch keinen über 85. Mann, Mann. Schon wieder diesen Daineli, Alter. Was sind das für Spieler, Mann. Das sind Spieler mit 100 K-Packs. 100 K-Packs, von denen ich noch nie gehört habe. Noch nie. Aber jetzt. 83er. Allen. Allen. Steve. Jignac. Bia Biani. Und der Antennenkopf. Und Romau. 25.000 FIFA-Points haben noch. Die Hälfte ist weg, Freunde. Die Hälfte ist einfach weg. Und noch Kai Blau, Spieler. Und jetzt bekommen wir immerhin mal Otter Mendy, noch einer der etwas besseren Spieler. Der sollte noch für ein bisschen was weggehen. Aber ansonsten, Alter, kräuseln sich wieder die Nackenhaare bei mir. Wir haben noch 400 K-Packs. Und in einem von denen wird ein blauer Spieler drin sein. Und es wird von Persi. 84er Alvaro Morata. So, Freunde. Wir haben jetzt noch 300 K-Sets. Insgesamt noch 20.000 FIFA-Points. Komm schon. 100.000 Münzen. 2.000 FIFA-Points. Let's go. Garay, Izequiel. Oh, zwei Informs. Die nehmen wir gerne mit Remy, Martinez und Ferreira. Oh, 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 oh. Ey, Leute. Einer muss doch drin sein, Alter. Einer muss drin sein. Brödel, Stratzen. Ihr legt mir doch die Koteletten. Ja, Thomas ist von 85er in einem 25-K-Pack. Immerhin, Freunde. Komm, Freunde. Wir öffnen jetzt die letzten 200 K-Packs. Komm, schau. Drückt alle die Daumen. Wir gucken weg. Das Pack öffnet sich. Und wir gucken in 3, 2, 1. Boom. Miranda, Griezmann, Handanowitsch, Lopez, Baneda. Das letzte 100 K-Packs. Ein blauer Spieler. Ja. Marcelo. Marcelo. Team auf die hier. Nummer 1. Oh, mein Gott, Freunde. Team auf der fucking hier. Nummer 1. Letzten 100 K-Packs. Komm mal runter. Marcelo, 89er. Ist zwar jetzt nicht der Beste, aber immerhin einen. Hab ich dann doch gezogen, Alter. Junge, Junge, Junge. Hat das lange gedauert. Das letzte fucking 100 K-Set. Und da bekommen wir Marcelo. Der brasilianische Linksverteidiger. Kommt noch ein blauer Spieler. 3, 2, 1. Was ist denn das, Alter? Wignal dumm. Da bist du auch dumm. Nächster blauer Spieler. Und das ist Piqué. Piqué. Komm schon, weiter geht's, Mann. Wir haben noch 10.000 FIFA-Points. Let's go. Der Acker. Das sind Spieler, Mann. Es ist Miley. Wie Smiley, Alter. I Smiley. Das ist das neue von iPod, Alter. I Smiley. Nicht mal iPhone. I Smiley. I don't like it. Wer ist das denn, Mann? Barzali. Wir kriegen nicht mal Chiellini. Aber immerhin Barzali, 84er. Ich glaube, das ist immer noch besser als diese scheiß 100 K-Packs am Anfang. Das war schon so ein innerliches Wirken. Das war nicht mehr okay. Let's go. Nächstes Pack. Oh, bravo. Ich finde bravo, diese Pack mit James, mit Kritschkowski, Alter. Kritschkowski und Busch. Kaka, die Legende. Reeds. Die Hofkaka. Viermal mein Lieblingsspieler. Das war, glaube ich, so um die Zeit, wo er noch richtig gut bei Milan war. So 2007, 2008. Jünger, der ging ab wie Schmitz-Katze, sag ich hier. Let's go. Let's. 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 Let's go. Wow. Who's that? Schon wieder der Pionier, ey. Wow. Wow. Ben Ticke. Und Legends dropped by himself. So ein grünen in den Abschluss. Bitte noch einen blauen Spieler, Mann. Wie geil das wäre. Komm. Ja, neuer. Nein, fair, Mann, Alter. Man wird hier immer so getrault mit diesen deutschen Keepern, ey. Oh, 87er, Cisq Fabregas, unser höchst bewerteter Spieler, glaube ich. Nach natürlichem Marsch-Vellok. Kocheni. Oh, Costa. Und Kocheni, nein, Pack nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt nicht mehr viele Packs, Freunde. Und zwar haben wir jetzt noch 450 FIFA Points und 135.000 Mixen. Das reicht noch für ein paar Packs. Und vielleicht nochmal für Gaitan. Ja, für den reicht es noch. Ja. Ja. Guck mal, wie cool. Ich glaube, Marcelo hat der Elmeer auch. Und Modric müsste der doch auch gehaft haben, oder, Freunde? Zweimal Modric. Zweimal Marcelo. Ja, wir haben es geschafft, Alter. Zwei Team of the Year's. Juhu. Geil, Alter. Komm, Mann. Fuego. I'm on fire. Fuego. Mario Gomez. Ich sag euch, Mann. Mario Gomez wird 2016, wird er der EM-Tor schützen können. Oh, Boateng. 87er. Hu, hu. Alter. Das ist ein 15k-Pack, Mann. Und wir kriegen hier fast nur Spieler. Also so viele Spieler hat sich lange nicht mehr. Richtig geiles Pack, Mann. Boateng. Komm, Alter. Zwei Packs haben wir noch. Zwei 15k-Packs. Vielleicht ziehen wir noch einen dritten, Alter. Alle guten Dinge sind drei in Yama. Okay. Boateng. Nicht gut. So, aber eins haben wir noch, Alter. Kuss, Mann. Kuss, Mann. Alter, komm schon. Da sind 3.000 Nutzern, Alter. Schon wieder 3.000 Nutzern, ey. Komm schon. Alle guten Dinge sind drei. Bitter. Letztes Pack. Dieses geile Pack-Opening mit In-Forms. Mit zwei Team-Of-The-Years. Und wir ziehen noch mal. Boateng. 87er. So kann man ein Pack-Opening auf jeden Fall beenden. Kranke Scheiße, Mann. Richtig Hammer. Lasst mal ordentlich die Likes eskalieren. Zwei Team-Of-The-Years in einem Pack-Opening. Kranke Scheiße, Mann. Ja, Hammer, ey. Wir haben Marcelo gezogen. Wir haben Modric gezogen. Zweimal Boateng. Fabregas. Alles, was ich wollte, ist eingetreten. Zwei blaue Spieler. Wie geil das einfach kam. Hammermäßig, Mann. Rasiert die Likes. Schafft mir die 30.000. Likes oder so. Wie egal. Rasiert einfach nur die Likes. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt das doch bitte auch in die Kommentare. Oder lasst es sein. Das war es soweit von mir. Macht's gut. Schönen Tag. Schönen Abend. Haut rein. Und ciao. Oh mein Gott. Alter, wir haben alle drei Team-Of-The-Years-Spieler. Und einen Pack. Was glaubt, mein liebes Freund? Neu-Höhn hier. Und herzlich willkommen zum nächsten Team-Of-The-Year-Pack-Opening. Wir haben alle drei Team-Of-The-Year-Pack-Opening. Und hier im Jax-Spieler.